Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Faktorio mit Jolle. Ich hab so'n Hirnbrei. Hirnknoten. Kann ich was abhaben? Ich hab Hunger. Ich hab so'n Hirnknoten. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Nicht Jolle, wenn du jetzt hier irgendwas machst, ne? Das geht... Jolle? Ja, mach mal. Komm, mach mal. Ja? Lass mich. Erbe. Na, Jolle, du Arsch! Was denn, ich esseh'n doch nur. Wir haben ein Team. Hashtag ja, Team. Hashtag, hau ab. So, haha. Ich wollte es machen. Ich wollte es machen. Oh, da ist mein gleicher Schlag. Hallo. Gesundheit. Gesundheit und Liebe. Hallo, ich sterbe gerade. Liebe. Auf allen deinen Wegen. Da fällt mir gerade ein, da hat jemand gesagt, man kann im Teich fischen. Äh, versteh' ich nicht. Wegen Fisch. Also, Fisch. Man kann durch Fische... Irgendeiner meinte, man kann im See sich Fische fangen und damit Leben regenerieren. Hier, in Faktorio. Ach so, man kann wirklich... Warte mal, das geht wirklich. What? Ich hab'n'n Fisch gefangen. Wie denn? Ah! Wie denn? Ich dachte, das geht nicht. Das wusste selbst ich ja nicht. Ich hab' noch'n Fisch gefangen. Soll ich dir einen abgeben? Wie? 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 Wie gut ist das denn? Ich dachte, ich werd' verarscht. Dankeschön, Herr, lieber Kommentarschreiber. Ich dachte wirklich, du verarscht mich. Und es tut mir sehr leid, dass ich diese Meinung von dir hatte. Hier, warte. Was? Da licht'n Fisch. Gucke. Wie? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Ja, doch. Ich hab'n Fisch? Ja. Oh, ein roher Fisch. Ich hab'n dir gerade... Ich hab'n dir gerade zum Essen gegeben. Oh, ich mein' auch. Guck mal, ich schick' jetzt das Band komplett auf die andere Seite. Das war nämlich auch ein Fehler eben. Warte mal, das ist ja total, das ist ja total bescheuert. Das ist so komplett... Nein, brauchst du dich doch nicht. Das ist ja total bescheuert. Das ist total bescheuert. Das ist ja total bescheuert, so. Du willst es ja gleichmäßig verteilen. Nee, es ist ja eh... Das eine Ding ist ja schon voll. Ja, aber du willst... Es kommt ja hier eine Menge an und auf der anderen Seite eine Menge an. Ja. Ah, okay. Ist auch okay so. Es ist nicht nur auch okay so. Es ist besonders sehr, sehr gut so. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir hart an den grünen Platinen schon dran sind? Also an den grünen Flächchen damit dann auch? Haben wir schon gesagt, ja? Ich... Du... Du... Du sagst immer Flächen. Flächchen. Flächchen. Aber ich... Ey, ich hab heute... Ich hab Cognition schon aufgenommen. Ich hab The Witcher aufgenommen. Ich hab jetzt mit dir schon... Wie viele Folgen? Ich bin einfach so... 30. Nein, heute haben wir 6 oder 4 oder 6. Ich bin einfach schon so total durch. Ja, ich versteh das. Es ist auch die letzte Folge für mich heute. Es ist schon damit, ich hab früh morgens angefangen. Ja, jetzt schreibe ich mich nicht an. So, wir haben aber... Warte mal. Wir haben grüne Platinen und wir haben... Achso, wir müssen ja noch die scheiß Arme machen. Ja, aber das... Haben wir doch fast. Ja, warte mal. Also pass auf. Okay. Warte mal. Wir haben hier schon... Komm, lass uns einfach jetzt hier noch eine Eisenzahnradmaschine hinbauen. Mir ist das zu blöd. Eine Eisenzahnradmaschine? Ja, finde ich... Aber ich hab doch extra... Ich hab... Nein! Mach da die Arme. Ich hol die... Ich hol die Dinger hier. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Greifarme. Äh, dann... Warte mal, das Band kommt von da. Ne, dann passt das hier. Greifarme! Ja, du mich auch da hinten. Hoffentlich wird das was. Ja, ich glaube schon. Ups. Ich hab irgendwie die ganze Zeit seit zwei, drei Folgen so einen Ohrwurm von so einer komischen amerikanisches Spiel... Fernseh... Ja. Äh... Okay. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das ist, glaube ich, von der Serie, aber ich hab die gar nicht geguckt, die Serie gerade. Ich hab keine Ahnung. Äh, wo soll denn jetzt... Wo willst du denn deine Zornrädchen haben? Ja, hier unten. Die... Äh, auf... Also, die müssen extra kommen. Die grünen Platinen nicht... Grüne Platinen, Band nicht belegen. Das... Das brauchen wir. Das wird so eine Art Hauptlinie, das Ding. Achso, ja. Hau dich jetzt nicht vor. Das heißt, die soll hier von unten an diese Maschinen ran. Äh, warte mal. Sehe ich das richtig? Ich muss bloß überlegen, ob ich die Ausgabe mit dem Langen mache oder ob ich die Eingabe mit dem Langen... Das sind... Du kommst mit Eisenzahnrad. Oh, da kannst du auch auf den Zweiten. Also, auf das... Ich leg's dir hier ran, dann war ich's ja bescheuert. Das ist ganz schöne Platzverschwendung, was wir hier grad machen. Das ist ganz schöne Platzverschwendung, aber das ist, jolle, scheißegal. So, und dann brauchen wir für die Grünen... Das Band zusammen mit dem Vlies, äh... Was jetzt da oben rumgurkt. Oh, Mann! Wart is... Wart is los? Können wir vielleicht diese Fließbandproduktion... Was ist damit? Warte mal. Oh, oh. Achso. Was denn? Also, Greifarme, die werden jetzt hier produziert und wir brauchen das Fließband von oben. Das können wir doch eigentlich mit draufpacken. Die Fließbänder? Oder? Kann man das mit draufpacken? Auf... Auf was? Wo? Auf die... Auf das Zahnradband überlege ich gerade. Aber wäre das so gut. Moment, aber der Punkt ist doch, dass die Fließbänder zusammen mit den Armen nachher zusammen in eine Produktionsgeschichte kommen. Das heißt, nein. Aber... Die... Ähm... Die können dann... Wir werden ja auch hier die Arme irgendwann abgreifen. Ja, greifen Arme mit Fließband. Und auf das Band... Da hast du schon recht. Das ist... Das ist... Auf das Band können dann die Fließbänder... Guck mal, hier sind doch auch schon... Guck mal, hier sind doch auch schon... Brauchen wir die überhaupt... Nein, brauchen wir nicht. Die roten. Ja, dann pass mal auf. Guck mal hier. Dann können wir doch daneben die grünen machen. Oder wir machen hier die grünen, wo ich stehe. So ungefähr. Weil hier kommen auch schon die Bänder an. Warum... Ich hab mir nur ein paar geklaut, damit ich gleich unten witte. Ja, gut. Sollen sie doch machen da. Bänder haben ist immer gut. Ja. Okay. Das bedeutet für uns... Grüne Fläschchen... Brauchen die zwei Sachen. Das heißt aber, wir könnten quasi die Arme hier mit auf dieses Band mit drauf tun. Wo die Bänder drauf sind. Irgendwie. Von unten kommend. Ja, warte mal. Da hab ich eine schöne Idee. Und zwar, wenn ich denn hier... ...nachher mit dem Band hier so nach oben kommen. Hä? Kannst du das hier so rumfahren lassen? Sehen Sie? Jetzt hab ich das halt... Da hab ich halt falsch gedreht. Ach so, falsch rum. Ja, ja. Ach so. Hehe. Ja, cool. Dann können wir die hier einfach mit abgarten. Ja, gell. Ja, gell. Okay. Ja, okay. Das heißt aber, jetzt müssen sie hier noch schnell... Das müssen wir jetzt auch mal hinkriegen jetzt mal langsam. Ich glaub, das wird diese Folge noch was. Ja, denke ich auch. Ups. Oh, hab ich getroffen? Yes. Man, ich kann nix mehr. Ich bin schon so durch. So, jetzt kommen die hier. Jetzt will ich... Nein! Ich hätte... Oh! Verkehrt! Stopp! Du willst, dass die Zahnräder von dem unteren Dings genommen werden, ne? Mit den roten Armen. Bei Zahnrädern? Wir brauchen jetzt Greifer hier drauf. Also, so viel kann ich dir schon mal sagen. Hier brauchen wir jetzt Greifer. Ja, aber die Greifer müssen ja gemacht werden mit Zahnrädern. Mensch, du bist doch gar nicht mehr. Ja, ja. Richtig. Du musst echt mal entweder einen Kaffee trinken oder nicht hinlegen. Das ist ja unglaublich. Du musst doch mal mit mir reden. Es hört auf bei der armen Dame. Es hört auf bei ihr. Jetzt steckt mir ein paar Katzen vor dem Urlaub. Okay. So, jetzt geht's los. Ich gebe mein Bestes. Ja, es ist schon mal gut. Hier sind leider... Genau. Okay, das ist falsch. So. Äh, wieso hab ich denn hier noch Dingens drauf? Ja, weil ich die falsch eben gelegt hatte. Das ist... Ja, was ist hier? Das hat sich jetzt gelegt. Ach so, du hast es hier... Ach so. Ach, du bist da... Ja, gut. Ja, guck dir das an. Und jetzt kommen auch einigermaßen hier wieder die Platten an. Das ist ja auch... Einigermaßen läuft doch. So, jetzt müssten die hier einfach durchbrechen und wir haben alles für die Grünen. Ach, guck mal. Und hier, jetzt läuft das hier bei den Bändern. Was? Äh, mit den... Mit den Kabeln und den Grünen. Ja, du bist auch schon so ein bisschen durch, ne? Ja. Ja, die Grünen brauchen wir da... Ja, doch. Ach, hier ist ja auch Quatsch. Was ist denn das hier? Ist gar nichts angegeben hier für den. Ja, das hab ich gerade erst gebaut. Aber ich hab gemerkt, das wird ja hier nicht bauen, weil das ja hier sich zurückstaut. Ja, noch. Noch. Also das ist, äh... Nur die erste Phase. Okay. So, Fischi. Fischi, das kommen die Grünen jetzt noch. Wird das halt jetzt endlich mal haben hier. Äh, soll ich einfach nach oben jetzt? Äh, warte. Okay, warte mal. So, machst du das hier oder was? Ja, geil. Okay, jetzt werden noch ein paar mehr grüne Sachen gebaut. Okay. Äh, wo bin... Ja, ich komme. Ich weiß nicht, ob ich das schon vorher hätte nach oben fahren lassen sollen. Hätte tun. Ah, jetzt kommt doch hier. Wäre jetzt ruhig. Aber es passen ja drei hin, von daher. Aber drei sind zu wenig, finde ich. Kannst du auch vier machen. Ja. Dann hau noch eine vierte dahin. Ist das zu wenig? Bisschen dicht dran an den Roten. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum du das so nah an die Roten gebaut hast. Das war so. Das ist einfach so entstanden. Das war... Das war schon so. Da kann... Ich bin hierher gekommen, da standen plötzlich Maschinen. Ich konnte auch nichts mehr. So, was ist jetzt hier? Ach, schön. Blau, ne? Ja, seh her. Können wir gleich zwei. Können wir gleich zwei machen. Was? Ja, klar. Was machst du jetzt? Ich weiß nicht. Ach, zwei. Ja, mach doch von mir aus. Ist besser als eins. So. So, und die fahren jetzt auf... Jetzt, pass auf. Jetzt kommt Trick 17. Du willst sie mit auf die Roten machen, ne? Ja, pass auf. Jetzt kommt Trick 17. Ja, ich seh das schon kommen. Das kriege ich noch hin auf meine alten Tage. Mach doch direkt... Nee, mach doch hier... Och, du kannst doch hier... Du kannst doch hier... Warte, warte noch mal. Warte, was sagst du denn jetzt? Nee, darf ich was anderes vorschlagen? Nee, ne? Nee. Aber es wäre viel weniger... Es wäre gar nicht so aufwendig und viel schneller gemacht und so. Was ist denn jetzt? Du kannst hier einbiegen und dich unter dem Boden bis hier hin bauen und dann sind die hier schon vereint. Das... Ich... Ich... Hallo? Ich grätsche doch jetzt hier nicht in die Produktion rein. Das ist ja sowieso ein Reingrätschen. Das macht man nicht. Das macht man nicht, sagt sie. Und jetzt gucke... Gucke, wie scheiße falsch das ist. Ach so. Wie scheiße falsch das ist? Ach so, jetzt ist es falsch. Ja, jetzt ist es alles falsch. Das ist alles falsch. Und da kannst du jetzt auch mit deinem komischen Kreislauf nichts mehr machen, Jorde. Ja, 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 ja. Halt, 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 halt. Da kannst du jetzt mit deinem komischen Kreislauf... Kannst du doch auch nichts mehr machen. Ja, Jorde hat es falsch gemacht. Warte mal. Ich möchte jetzt irgendwas erforschen, was Grüne... Äh, ich will einen Gurt haben. Ich habe es falsch gemacht. Du hast recht, du hast vollkommen recht. Aber... Ich habe ja hier Platz gelassen. Ich habe das mit Absicht so gemacht. Du... Hä? Ja... Guck hin. Guck hin und siehe, wie ich scheitere. Okay. Du willst... Ja. Zack. So. Ja. Das bleibt jetzt... Und was machen wir dann, wenn wir die blauen noch dazu holen wollen? Die kriegen noch einen zweiten Außenring. Ja, aber... Dafür denn die roten. Ich kann doch das hier einfach so überbrücken, was... Ja, und was ist, wenn wir dann nach dem blauen noch... Ach, das ist ein vier insgesamt, ne? Ja, genau. Und die kommen dann beide auf den zweiten äußeren Gürtel. Dafür habe ich... Ich habe ich denn hier oben Platz. Die fließen sich denn hier an. Ja, gut. Ja, 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 ja. Ja, gut. Wir brauchen aber mehr Labors eigentlich. Also ich würde das gerne größer machen. Also die... Eigentlich reichen die halt. Das sind zu wenig. Nein. Doch. Nein, das ist viel zu wenig. Warum haben wir denn... Wir können doch... Es kostet uns doch nichts. Ich baue jetzt noch zwei Labore dazu. Ach, nee, Fischi. Warum denn nicht? Du bist ein Feind davon, dass das schneller geht alles, ne? Du bist... Du warst schon damals... Nein! ...mit den Kanonen und der Mauer. Ja, aber dann ist das... Dann haben wir so viel... Warum nicht? Du hast 500 Stück gemalt. Ich habe jetzt immer noch 106 in der Tasche. Ja, wir müssen ja alles verdoppeln. Meinst du, das hält sich lange so, wie das jetzt ist? Alles verdoppelt. Es ist völliger... Ja, tatsächlich. Wir müssen überall, wo eine Kanone steht. Muss noch eine zweite hin. Du, wieso haben wir das Banty eigentlich so gemacht? Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Wieso ist das so, wie es ist? Oh Gott, wir müssen sowas von aufhören hier langsam. Nein, das ist richtig. Wir hatten da oben die Kupferkabel noch. Da hattest du deine Produktion Kupferkabel. Äh... Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Und dann kann das weg. Wieso... Achso, das ist natürlich Quatsch. Du hörst mir aber gar nicht zu. Äh, nee, Tatsache. Ich wusste auch nicht, wo du... Du bist auch schon so ein bisschen durch. Nee, ich wusste einfach nicht. Das ist doch bei Factorio, ist das doch so, wenn man da Sachen macht. Ja, stimmt. Und der andere fängt an zu erzählen. Dann kann man da nicht sofort sagen, ja, stimmt. Sondern man ist ja auch in Sachen... Was meinst du jetzt? Hier oben. Du hast ja auch komplett recht. Ich habe jetzt hier immer dieses hässliche Band abgebaut, was ja einmal so hoch ging. Und habe das jetzt wieder in die andere Richtung gelenkt, weil ja da vorher die Kupferkabel waren. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Mhm. So, und wie ist das jetzt hier mit den grünen? Aber jetzt kommt... Jetzt ist hier alles auf einer... Du hast es ein bisschen kaputt gemacht gerade. Was? Weil jetzt... Nee, warte mal. Alles gut. Wir machen es andersrum. Dann machen wir das so. Achso. Dann machen wir das so. Ja, deswegen sage ich ja. Mach lieber diesen komischen Knoten. So, ja, jetzt ist alles wunderbar. Boah! Gut. Wobei jetzt oben wieder zu wenig Kupfer ankommt, weil wieder zu wenig Erz ankommt. Aber unten kommt genug Erz an, aber oben nicht. Ja. Heißt das, wir müssen noch mehr Erz hier ran holen? Ich sehe das jetzt schon. Ja, Stromproblem. Okay, warte mal. Langsam, mal läuft alles. Ich habe da noch die Kessel. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Das würde ich auch noch machen. Oh, ja. Ich wollte schon vor vier Folgen, mich dem Strom zu wenden, aber so ist es halt eben, den Faktorio. Und wir lernen endlich, endlich den Werkzeuggürtel. Nach so vielen Folgen. Total wichtig. Anstatt du nicht auf was anderes nimmst, ja? Ich brauche einen Werkzeuggürtel. Danach kann man doch immer noch alles machen. Es dauert halt so lange, weil wir nur zwei Labore haben. Acht. Deswegen, Fräulein. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eigentlich ist es hier schon eine zu viel. Also das passt eigentlich. Zu viel? Wie kann man denn zu schnell erforschen, Jorle? Welcher Wissenschaftler hat denn mal irgendwann in seinem Leben gesagt? Liebe Kollegen, wir sind ein bisschen zu schnell in der Forschung. Könnten wir bitte ein paar Unis schließen? Könnten wir bitte ein paar Professoren? Bitte mal entlassen. Ich finde, das geht alles hier viel zu schnell. Nachher kriegen wir noch ein Mittel gegen Krebs viel zu früh. Und dann sind viel zu viele Leute auch plötzlich gesund. Ich möchte das nicht. Und ich möchte das jetzt an dieser Stelle unterbinden. Du weißt aber ganz genau, dass ich eigentlich gerade eben die Kessel gemeint habe, oder? Ach so, nee. Ich mache das jetzt einfach hier. Es ist mir scheißegal. Das passt schon, ne, Fischi? Was denn? So ist doch alles gut. Ja, ja, ja. Alles gut. So, Kessel 1. Oh, ich habe alles kaputt gemacht. 9, 4, 5, 5. Was ist los? Zeig dir. Was hast du wieder gemacht? Es ist alles gut. La, 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 la. Du, ich hoffe, das geht jetzt so. Sag mal gleich Bescheid. Wir können ja gleich mal gucken. Was denn? Oh, Scheiße. Ob das hier mit dem Strom so richtig ist. Äh, ja, ich gucke gleich. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. So, das sind denn 12 Zehner-Maschinen. Hier sogar 11. Das sind 12 und Zehner-Maschinen. Haben wir aber immer noch volle Leistung. La, 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 la. Oh, oh, Fischi. Ja, was ist denn? Yay, Gekzergürtel. Oh, yay. Okay, wer es noch nicht kennt. Oh, ich mache alles kaputt. Wer es noch nicht kennt, ist, jetzt sieht man es unten. Wir haben jetzt eine doppelte Leiste. Und das ist wirklich, also wer ohne doppelte Leiste spielt, der tötet auch Hundewelpen. Sowas macht man nicht, liebe Freunde. Hundewelpen? Ja. Wer macht denn sowas? Also ich nicht. Boah, brutal. Oh, schön. Wieso haben wir eigentlich, wieso sind die eigentlich rote Arme? Das hast du schon mal vorbereitend gemacht. Ah, okay. Ja, 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 ja. Bei den Laboren, ne? Ja. Habe ich wieder zugehört, als du mir das erklärt hast. Hab. Ach, und übrigens, ich habe schon mal rote Arme gebaut. Ja. Ja, ja, mhm, ja, ja, ja. Okay. Erzähl du mal. Ja, ja. Kannst du mal bitte mir erzählen, was wir als nächstes forschen wollen, oder willst du das machen? Achso, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Hm, Schützturm ist gut. Ein bisschen besser wird's. Also der passt jetzt in der Sache auch noch an. Sehr gut. Man muss das ja alles austesten. Temperatur 100. Also das passt auch noch. Ich finde ja, dass wir immer noch zu wenig Labore haben. Von mir aus gleich ist ja die gesamte Karte zu. So, Fischi, der Strom ist, ich würde nicht sagen gerettet, aber er ist, äh, besser. Juhu. Wollen wir nicht gleich viel mehr machen? Du merkst schon, ne? Ich bin halt so ein Freund von sau viel. Ja, aber ich habe jetzt, ich habe jetzt quasi die komplette, ähm, Kessel und Dingsreihe. Da habe ich ausgebaut. Du kannst nicht mehr, weil die, die sind begrenzt. Ja, aber wir können die nächste, wir können die dritte, wir können die dritte machen. Wir können die dritte... Ja, kein Wunder, dass die, dass die Viecher uns da so steil gehen. Also das... Wir brauchen Solar. Wir brauchen Strom. Ey mal, hallo. Hallo. Boom. Wo, wo ist denn das Solar? Wo bleibt denn das Tier? Wieso hast du das jetzt hier geändert? Benötigt, was denn? Wieso hast du das jetzt hier geändert beim Labor? Ich habe zwei dazu gebaut. Es ist alles, es ist alles genau so, wie du es gemacht hast, nur ich musste die Ecke hier ein bisschen anpassen. Damit, weißt du? Weil ich habe zwei dazu gebaut. Es war alles anders plötzlich. Voll schön. Voll schön. Sieht auch nicht so richtig schön aus, ne? Wir könnten das eigentlich... Ah, wir machen das schon. Ich habe 200 rote Fläschchen im Inventor. Pack die bloß weg. Ich habe auch 100. So. Und 34 grüne, Alter. Ja, pack die einfach jetzt hier in irgendeinem Labor rein. Lass sie her, lass sie her. Ich würde auch wahnsinnig gerne Laboreffizienz noch danach lernen, aber das möchte ich so wahrscheinlich wieder nicht. Doch. Doch, natürlich. Geil. Geil. Okay. Ja, zum Ende der Folge haben wir doch tatsächlich noch Sachen gemacht, ne? Wir haben die grünen Fläschchen geschafft. Wir haben den Strom ein bisschen... Ich meine, der Strom läuft noch nicht gut. Nee. Na, na, ja. Ist halt so. Läuft noch nicht gut. Du, Fischi. Ja, was ist denn? Lass mal noch eine grüne bauen. Eine grüne was? Komm, eine grüne machen wir noch hier nach hinten. Was ist denn für eine grüne? Grüne Fläschchen Produktionsdingens. Hä? Grüne Fläschchen. Damit noch mehr... Ja. Was? Komm mal rüber. Warum denn? Komm mal rüber, Mann. Ich guck nur gerade, die... Das Band außen ist relativ voll mit Munition. Das beruhigt mich. Oh, cool. Hier ist kein Strom. Wir haben aber Panik ausbringt. Jolle, hier ist kein Strom. Hast du gerade... Wir haben Panik ausbringt. Oder hast du gerade... Ich hab gar nichts gemacht. Du hast nichts... Jetzt ist hier wieder Strom. Komm mal runter. Es ist alles gut. Och, Jolle, Mann. Du darfst mich doch nicht so erschrecken. Wenn der Strom bei den Mauern draußen, bei den Geschützturmen nicht mehr da ist... Boah, dann können die mal nicht ihre Muni einladen. Ja, dann haben wir ein Problem. So, was ist jetzt hier? Ach, schön. Was ist jetzt hier? Ja, es gibt noch ein bisschen mehr Laborgrüne Fläschchen jetzt hier. Ich hab noch mal eins dahin geklatscht, ne? Ja. Jetzt ist noch mal eins. Weil die sind doch ein bisschen arg langsam. Jo. Ja, es sind ja auch... Wir müssen auch die roten, die müssen wir auch noch mal ersetzen mit blauen Maschinen, ne? Roten? Ja, eigentlich schon. Wow. Hast du denn noch? Hab ich gerade. Guck mal. Die blauen sind mir sowieso die liebsten. Wir brauchen hier aber nicht zweimal... Ups. Ups. Wir brauchen hier nicht zweimal blaue Arme, oder? Eigentlich nichts. Guck, die machen ja nichts. Eigentlich nichts. Hihi. Wunderbar. Super. Und wir lernen gerade noch als Laboreffizienz. Ich sag mal lernen. Ist ja Quatsch. Äh, ja. Lange Folge war's wieder. Die letzte einer Aufnahme-Session. Jo, du musst direkt ins Bett, oder so. Oh ja. Du kannst dich mal entspannen. Machen wir Feierabend jetzt. Schön. Oh Gott. Ich will diese Folgen... Also, wer sich das angeschaut hat. Ja. Mit uns beiden. Ja. Vielen Dank. Dass ihr uns so nehmt, wie wir sind. Ich bin wirklich total... Ich bin so fertig jetzt, ne? So ein echt langer, langer Tag jetzt. Ja, das ist doch schön. Aber wir müssen Feierabend machen. Das ist doch gut. Ja. Ich schmeiß mal jetzt auf mein Sofa. Oh, das ist schön. Ich streame jetzt noch. Aber das ist ja jetzt... Oh Gott. Wenn die Leute das Video sehen, dann wissen sie das ja gar nicht. Das ist... Dann bringt ihnen das gar nicht, diese Information. Aber vielleicht streamst du ja sowieso wieder an dem Tag. Ja, wahrscheinlich. Also, könnte sein, ne? Ja. Guckt doch mal rein, Leute. Bei twitch.tv slash fishcop. Eigentlich stream ich jeden Tag. Einen mehr Bug. Ja, aber vielleicht ist jetzt gerade... Vielleicht ist jetzt gerade Wochenende. Nee, ist auch absolut... Du kannst ja machen. We are friends und so. We are friends. Ihr könnt auch bei Yole vorbeischauen. Geht mal bei Fischi auf Mal. Twitch.tv slash Yole. Ich kann ja leider nicht. Ich würde ja gern. Aber es geht nicht. Ach so, wegen Internet. Wegen Internet. Ich muss umziehen. Ja, irgendwie schon. Ich habe jetzt noch ein Radar. Wollen wir das aufstellen? Komm, das ist jetzt unser Fischi-Yole-Radar. Das ist unser Fischi-Yole. Stell mal genau hier hin. Wow. Aber muss man nicht so an den Rand stellen, damit das was bringt? Ja, ich habe jetzt unten links fehlt, glaube ich, noch das eine. Aber sonst habe ich jede Ecke. Was? Jetzt wird ich hier angeschrieben. Was? Mann, der Patty nervt gerade. Mann, Patty, ey. Der Patty nervt gerade. Mann, Patty, ey. Wir machen ja jetzt eh Schluss. Ja. Und dann die nächsten Folgen. Ja. Also, ich erzähle meinen Plan kurz. Vielleicht bin ich ja so schlau, dass ich nochmal reingucke in die Folge, in die letzte, bevor wir das nächste Mal anfangen. Dass wir auch mal ein bisschen offensiv werden. Dass wir so mal ein paar Lager da wegräumen, die da um uns herum sind. Alter, wir haben ja ganz viel weggeratzt jetzt. Ohne Auto sogar. Ja, ich nicht. Das war lebensbedrohlich. Ja, das war sehr schlimm. Und deswegen möchte ich, dass wir noch gefährlicher leben. Dass wir jetzt mal anfangen, hier mal richtig ein bisschen Tarantino hier mit reinzubringen. Die Hard. Die Hard. Even Harder. Oh Gott. Ihr Lieben, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann dabei, wenn wir tatsächlich hier live on the edge even harder dann machen, ne? Tschüss, ne? Oder? Ich renne die ganze Zeit hinterher. Bis dann. Tschüss. Eine Lampe noch. Hier. Tschüss.